Insane Footies Pack open. Totti opened Mbappé. Was, Digga? Was geht denn hier ab? Okay, Mbappé, Totti. Kann man mal machen, ne? Ist halt Juli. Ach, der hat diese zwei Dings Packs. Okay, okay. Und zieht danach direkt Ronaldo Totti oder was? Totti? Egal. Ja gut, ne? Hab man auch noch nicht gesehen, Alter. Was ein Pack lag. Ronaldo und Mbappé direkt hintereinander bei. Leid, hab ich auch noch nicht so gesehen. Krank, Alter. Was ein Glück. Mann, ist er noch drin gehabt? Was ist denn? Ne, Mann, ne, Koulibaly.